So liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal wieder von mir. Ich erzähle jetzt auch einmal das erste Mal an Brickforce selber. Das ist ziemlich ungewohnt, muss ich ernsthaft sagen. Ich bin es auch gar nicht gewohnt und mir läuft gerade ein Punkt schon wieder hinterher. Das finde ich gar nicht nett. Aber jetzt kriege ich dir wenigstens eine Fuh oder auch nicht. Ich habe erstmal jetzt vor, einige Dinge zu klären, euch einige Dinge zu erzählen. Weil sich jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen eine Kleinigkeit ändern wird. Nämlich, ich werde den Clan wechseln. Das hat ja schon für einigermaßen Aufregen gesorgt. Manche Leute glauben das ja immer noch nicht. Und andere wundern sich einfach nur, warum ich das mache. Okay. Ach, das war Skype-Alex. Ich habe mich schon gewundert. Jedenfalls, ich möchte, dass man ein paar Dinge... Also ich habe erstmal das Video, das ich jetzt dazu erzähle, mache ich wegen dem Samu. Ich bin jetzt das dritte Mal Zombie. Mache ich wegen diesem Samu hier, weil er unbedingt mal in eine EP von mir wollte. Und ich dachte so, ich kann ja mal probieren zu erzählen. Aber ich bin auch nicht so gut darin. Und ich höre mir eigentlich Musik ein, wenn ich dabei spiele, weil ich dann erstens besser bin. Und zweitens kann man sich dann nicht ganz so leicht aufregen. Weil wie ihr gerade seht, Alex, der eigentlich schon immer zu unserem Clan war, der ist ja jetzt auch erstmal einem anderen. Wir als Thumb Kings Mama, oder ich habe als Clanleiter gesagt, dass wir einen Clan von Funforce, also von Fanny unterstützen wollen. Okay, das vierte Mal. Jetzt wird es langsam echt kurios. Wir wollen Fanny ihren... Ne, ich kann nichts machen. Gar nichts. Wir wollen Fanny ihren Clan unterstützen, haben wir so gesagt. Zwar nur zeitweise. Also es geht einfach nur darum, dass wir für den Anfang mit dabei sein wollen. Komm Alex, jetzt kriege ich dich mal. Oder auch nicht. Lol. Och, scheiß Waffe. Und ich habe halt meine ganzen Clan Mama, die ich immer so erreicht habe, weil unser Clan ja auch relativ inaktiv ist, habe ich zu denen gesagt, ja, kommt, ihr könnt alle mit rüberkommen. Fanny nimmt euch an, oder Johnny. Und wir werden jetzt mal da ein bisschen mithelfen. Ich hoffe, ich werde wenigstens neu erst, ansonsten wir da so ein bisschen weinig. Aber Alex macht ja auch alles. Ich habe den viel zu viel trainiert. Das ist nicht gut. Also eigentlich schon gut, aber jetzt ist er neben dem Clan nicht gut. Und ich will euch noch so ein bisschen andere Sachen erzählen. Och komm, Badabu. Einmal würde es mich echt interessieren, ob ihr es gut findet, wenn ich im LP mal labere. Weil eigentlich mag ich sowas ehrlich gesagt selber gar nicht. Ich bin immer für sowas gewesen mit Musik dahinter. Ich gucke mir auch fast selber nur sowas an. Ähm, deshalb mache ich sowas aber auch nur. Aber, naja, es hieß halt von vielen Seiten, ja, mach doch mal ein LP. Man kann sich auch mal ein bisschen sprechen hören. Ich bin ja eigentlich auch bei Videos von GP mit dabei, wo ich auch spreche. Also verstehe ich auch nicht ganz. Aber, könntest du mir bitte aus dem Weg gehen, Badabu? Und das war peinlich, Alex. Ja, jedenfalls wäre einmal diese Sache mit dem Clan, das wusste ich, dass er hinter mir ist. Das wusste ich einfach. Und ja, ich muss mich kurz konzentrieren, Leute. Ich hoffe, ich nehme mir das nicht über, wenn ich jetzt mal nix sage, weil mich wird jetzt auf jeden Fall einer holen. Ich weiß noch nicht, wer. Ich bin jetzt hier auch vor, so kommen von hier. Oder von da. Alex, in der ja. Ich kann euch auch mal ein bisschen so ein paar Tipps geben für den Zombie-Modus, weil mich einige auch mal, weil so viele Leute immer sagen, sich, Ja, er hat doch nur Hexer am Laufen, das ist deswegen so gut. Sicherlich täte ich nicht. Ich habe mich mit als größter... Was waren das denn dann für Ports manchmal von den Leuten? Ich habe mich mit ein paar anderen Leuten wirklich als größter mit eingesetzt, dass diese ganzen Hexer endlich mal weg sind. Das war auch so ein Thema, was einfach nur jeden aufgeregt hat. Ach komm, Alex, soll dich doch mal um. Jetzt kann ich dich wenigstens von hinten holen. Ähm, und... Das war knapp. Bada boom, bei dir ist einer. Gut. Jedenfalls haben wir jetzt jetzt ja so gesagt, ja, wir alle einen Clan, Freunde und so weiter. Hat noch ein paar andere Gründe, aber dieses wissen jetzt auch noch ein paar Leute. Und ich wollte das Video auch machen, damit zum Beispiel meine Clan-Leute sich jetzt nicht denken, Hä, was ist denn mit den ganzen Clan-Eaus? Alle Leute gehen und dann sind wir auch mal auch weg. Ich habe den doch gehattet. Und dann sind wir mal auch weg und so weiter. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Also nach zwei, drei Wochen sind wir wieder da. Also ich stelle natürlich jedem frei, ob er wieder zurückkommen möchte. Aber ich denke mal schon, weil wir waren ja schon eine tolle Clan-Gemeinschaft. Und ja, dann ist ja jetzt noch das Thema, dass ich einige andere Spiele anfange. Einmal von Echo of Soul habe ich auch schon den Teil hochgeladen. Auch da habe ich gemerkt, dass ich sehr oft ins Mikro gepustet habe, was nicht so toll war. Ich hoffe, dass es jetzt hier besser ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das Mikro einfach ein Stück weiter weggemacht. Kann auch sein, dass man mich gar nicht hört, denn wir die Aufnahme komplett umsonst. Auch nicht schlecht. Ähm. Ja, ich werde euch dann nachher noch den Lächeln noch was zeigen. Ähm. Seht ihr also nach der Runde nicht gleich, nicht gleich ist die Runde zu Ende. Ach, umschalten. Interessiert bin ich mehr? Nein, guck mal das Video noch ein paar Sekunden weiter. Das wäre schon nett. Ähm. Wenn ich sehe gerade, ich bin wieder erst da. Auch wenn Skype-Alex mir echt dicht auf den Fersen ist. Aber ich bin eigentlich, ich bin auch, was ich auch eigentlich noch nie gesagt habe, also was ich noch nie so wirklich so gesagt habe, aber was ich jedes Mal denke. Ich bin mega, mega stolz auf meine Clan-Leute. Also, ich habe wirklich es geschafft, als No-Name, und ich war damals wirklich ein richtiger No-Name, habe ich es geschafft, den besten Clan, also für mich, das ist einfach der beste Clan, den man schaffen konnte, habe ich es echt geschafft, so einen tollen Clan-Leute anzukriegen. Jetzt muss ich mir den mal kurz anders holen. Ich mache, glaube ich, mal hier runter. Nein, kommt noch nicht, schade. Ähm. Ich habe es wirklich geschafft, die besten Clan-Leute, na komm Alex, dann hol die jetzt. Geht doch. Die besten Clan-Leute zusammenzukriegen. Ich bin so mega stolz auf alle. Auch wenn wir jetzt größtenteils inaktiv sind, ein paar können auch gar nicht mehr spielen, ist echt schade, aber einfach, das ist die Gemeinschaft, die wir jetzt geschaffen haben. Wir verstehen uns alle eigentlich miteinander gut, es ist auch so, dass die Regeln, die ich hier eingebracht habe, weil es ist einfach mir mega wichtig, dass das Spiel fair bleibt. Und das heißt, kein Campen mehr, kein, ähm, ja halt kein Campen, keine Bug-Maps, kein Hacken, kein gar nichts sowas. Ich habe mich ja damals schon immer auch im Teamkampf über dieses Glitchen und über diesen Wallbug und alles so dermaßen mega aufgeregt. Oder über Nades und alles, weil das einfach, das Spiel nicht mehr fair macht. Das sind einfach nur Dinge, die jeden nerven, aber jeder macht die Dinge trotzdem. Und, ja, das ist halt was, was ich nicht verstehe, weil warum mache ich was? Wenn was mich selber total ankotzt, dann kotzt es die anderen an. Und dann, äh, denkt sich der Großteil der Community hier, die denken sich dann, ja, der hat's gemacht, mache ich's auch mal. Finde ich nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deshalb mache ich sowas auch gar nicht. Das war mir auch dem Teamkampf komplett abgeschworen. Also, ich werde diesen Modus sicherlich nicht spielen. Müssten wir mal den langsam mal totkriegen, damit er nicht noch mehr Leute holt. Weil dann sind wir wieder am Arsch. Obwohl, jetzt ist wieder nur einer. Ähm, hinter mir. Oh Gott, zum Glück habe ich den Ton an. Ich habe sonst nie Ton an. Wenn ich immer über Kopfhörer, also ich habe eher auf Kopfhörermusik. Und dann immer, ah, jetzt ist Alex, oh geil, gleich zwei. Komm, schau mal, drei schaffen wir, drei schaffen wir, drei schaffen wir, drei, drei, jawohl. So macht das ein guter Spieler. So machen das Tom Kings-Member. Das erwarte ich auch von meinen, und hier ist gerade noch einer aus meinem Clan, Fighter GM. Finde ich ja nice, aber es gibt Alex, ist auch nicht mehr im Clan drin, ne? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, der kommt wieder zurück, weil Alex war schon für mich mit einer, der ganz gut ist. Besonderen-Member. Ja, sorry Samu, aber wenn ich ein Video mache, kann ich nicht mit jedem No-Kill machen. Also vielleicht noch mit meinem Clan, aber ansonsten nicht. Das tut mir auch echt leid. So, jetzt haben wir die Runde erstmal geschafft. Ich gebe jetzt mal schnell, weiße nicht, gebe ich Bada-Boom, gebe ich Alex, ich gebe jetzt einfach mal Alex die Krone. Dass ich sie jetzt in sich zeigen kann, ich habe das schon vor einer ganzen Weile vorbereitet. Ich habe, gebe hier schon die Clan-Krone gegeben. Hier seht ihr ja Clan-Lieder, uh, nice und so weiter. Ich werde jetzt erstmal den Clan verlassen. Hier sind nochmal ein paar unsere Leute so ein bisschen. Also, ganz tolle alle. Ähm, ich werde jetzt erstmal aus dem Clan lieben. Ähm, ich habe jetzt meinen eigenen Clan, der wirklich schon, ich antworte ihm mal schnell, ähm, der wirklich schon jetzt über ein Jahr existiert und den ich so lange gehalten habe. Ich bin jetzt wirklich rausgegangen. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich das mache. Und ihr seht doch schon die Mail, die habe ich jetzt schon eine Weile. Ich wollte halt, dass das dann gleich drin ist. Ja, manche Leute schreiben mit mir extrem viel. Äh, ja, ist eure Sache so, ne? Hm, ich mache die jetzt mal auf. Funforce hat mich in den Clan von Recovery eingeladen. Ich werde, ja, ich habe das Video jetzt, äh, falls ihr das nicht seht, ich habe das Video jetzt seit, äh, vor allem ich bin noch dabei eigentlich. Habe ich euch vor zwei Sekunden gesagt, ich habe es fertig. Und innerhalb von zwei Sekunden konnte ich es jeweils bearbeiten. Ich konnte es rendern und ich konnte es hochladen. Sehr interessant, wie sich manche Leute das vorstellen. Ähm, na gut, okay. Jedenfalls gehe ich nochmal zu den Mails. Hier ist jetzt die Clan-Einladung von Recovery. Ich werde in diesem Clan jetzt eine Weile verweilen. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die Leute verstehen das nicht falsch oder so, aber ich brauche da auch mal eine kleine Pause vom Clan. Also, dieses Clan-Leiter-Zeugs wurde jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen nicht anstrengender, aber ich habe halt viel mit der Schule zu tun. Ich bin noch zur Zeit ein bisschen erkältet, falls man das hört. Und, ja, es hat schon einiges Kopfzerbrechen manchmal bereitet. Und deshalb bin ich jetzt so froh, dass ich jetzt mal zwei Wochen lang wirklich Pause machen kann. Ich kann mich in einen Clan mit reingehen, wo es relativ entspannt ist, wo ich auch viele Freunde mit drin habe. Das mache ich jetzt mal. Ich werde jetzt mal in den Clan reinjoinen. Clan Inversion Accept. Jetzt steht hier noch No Clan. Nehmen wir nochmal den mit dran. Und ich bin jetzt in Recovery. Ich habe wirklich einen neuen Clan. Ja, manche Leute, also bei mir ist jetzt ganz oft schon, dass mein kompletter Chat lila ist. Also, Leute, ich weiß, ihr möchtet nur nett sein, aber denkt auch mal dran, dass zu viel Text auch manchmal überanstrengend ist. Ach, hier ist es sogar, die liebe Fanny. Ich bin jetzt bei ihm mit dem Clan drin. Und, ja, ich hoffe, ihr, euch gefällt das Infovideo so ein bisschen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen. Wenn ihr sowas nochmal möchtet, mache ich das natürlich gerne, dass ich dazu erzähle. Ich kann auch mal, habe ich auch schon drüber nachgedacht, vielleicht mal so ein Zombie-Tipps-Video. Also, dass ich einfach so ein paar kleine Tipps erkläre im Zombie-Modus, wie man schon durch diese paar kleinen Tipps ein bisschen besser wird. Weil ich diesen Modus ja fast nur spiele. Also, dass ich sowas mal hochlade. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das auch gerne drunter schreiben. Und dann werde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich werde mir gleich den Clan angucken. Mal gucken, was alles da so los ist. Und, ja, bis zum nächsten Video.